Wir haben die dicksten Karren, Autotüren, musste bei uns nicht mehr Silber öffnen. Telefonate selbst beenden, das gehört der Vergangenheit an, wie viele andere lästige Tätigkeiten auch. Bei uns kannst du dich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren, auf die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Kohle verdienen und Whisky trinken. Das ist natürlich alles Quatsch. Warum es sich für dich lohnen könnte, bei Zürngiebel zu arbeiten, findest du am besten selbst heraus. Interesse geweckt? Dann sende uns deine überdurchschnittlich qualifizierten Unterlagen. Wir freuen uns bereits heute auf das erste Gespräch.